Ich liebe Mabo Curry, aber es endet immer auf meinem Moustache, der Moustache oder der Mabo Curry. Ich muss einen wählen. Es ist eine Entscheidung, die ich jetzt seit über eine Dekade verletzt habe. Ich habe ein Level hochgelevelt. Wir haben unsere Ausrüstung aktualisiert. Ich habe mir jeweils zu essen reingeballert, was mir mehr Geld gibt. Ich bin immer knapp bei der Kasse kann sein. Und ja, da ist Ford Gandala. Gandala. Osttor. Und ja, hier müssen wir die Mädels retten, nehme ich an. Bosser Altemann schnell. Ich muss so gehen. Genauso habe ich mir das irgendwie vorgestellt. Ich bin ein bisschen im Barsch. Ich habe mir das wirklich so mechanisch vorgestellt. So, this is Ford Gandala. It looks like a steel castle. It was built to protect the trade routes. Ostensibly anyway. But now it would seem they have abandoned all pretense. So, how do we get in touch with your man on the inside? So, how do we get in touch with your man on the inside? Follow me. Okay. Er scheint sich ausgekennen. Ich brauche Sie, um das Schaft zu climbern. Eben, zweit und dann zweit wieder. Wenn Sie drei Tappen folgen von einem, dann bedeutet das, dass alles bereit ist. Ich habe das Gute-Signal. Gut. Lass uns gehen. 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 Was geht da in der Mitte? Die kurze Version? Natürlich. Eine Frau von ihr und die anderen sind in einer Kälte auf dem zweiten Fluss. Aber das ist nicht das Schlimmste. Alle Präsidenten haben ihre Leger mit Hexschackel gelegt. Und diese sind... Wenn jemand einer dieser Schaft steckt über eine Hex-Zone, wie der da oben, dann ist sie zu explodern. Was? Oder wie ein Fallout? Also, selbst wenn wir sie von ihren Zellen freien, werden sie nicht mehr ausgehen können, bis wir diese Schaft werden können. Es wird viel zu lange dauern, um den Kälte anzuhalten. Ich empfehle, dass wir die Kontrollräume anzusehen können. Dann können wir das gesamte Sicherheitssysteme beaktivieren. Wir haben uns nicht in der Kontrollräume anzusehen können. Ich bin sorry. Aber keine Angst. Wir werden den Rest herausfinden. Du hast eine große Hilfe gewesen. Nun, um das Auto vor den Hörsen zu setzen, aber wir sollten sicher, dass wir einen Weg aus hier haben. Würdest du uns auf unserem Erlösungsplan sehen? Ja, Herr. Wir kommen in deine Kälte. Hier. Du brauchst diesen Kälte. Es lässt dich nicht in die Elektronik. Der Typ gehört zur anderen Armee. Erinnert doch immer so, dass der uns am Ende verrät. Ja. Lass mich rein. Hier drin laufen ganz viele Monster um. Hier so ein Job. Was? Du. Und Speicherpunkt. Und eine Truhe. Geil. Mischgummi. Ja. So. Wir können da ganz einfach wieder raus, ist klar. Wo muss ich denn jetzt genau hin? Wer ist nicht erreicht? Ja. Wir können uns aber da draußen umsehen. Hallo. Da gehe ich einander mal. Wir können sowieso nicht drehen. Lass mich ran. Lass mich ran. Lass mich ran. Lass mich ran. Marzahn. Wer hat da hin jemanden einen die Zähne rausgeschlagen? Thron. 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 Und die Töcher, die Frage. Boa. Das geht los. Ich dachte, er ist ein Gegner, weil ich wollte ja keine Sprechblase war. 4000 geld ich baue auf dem wagen auf so lange ich brauche übrigens befindet sich hinter dieser tür einen raum zu den hochrangig offizier zutritt haben nur wenige leute besitzen anschlüssel auf und wir gehören leider nicht dazu ich schon was oder sind gegner ich will nicht was ist mit ihr los du hast du bestimmt ein dunkles geheimnis so wie jeder andere tels auf charakter im ganzen tels auf universum wo man noch mal der raum wo ich gerade durchgehungen bin so was sagt ihr denn klingen keiler der 15 aber keine chance mehr sagt sagt und sagt scharfe strömung auf verpasst wen habe ich jetzt noch mal was neues gelernt da ich jetzt ausklingt vielleicht ein bisschen vorweiter sein klingt irgendwie gar nicht an mir jetzt hauvertrag zum habe doch nicht wahr du kannst ruhig auch was machen wenn du willst hält dich jemand auf aber wir haben 161 geld kommt geil und ich habe übrigens noch so ein curry rezept wo kommen wir hier da wird eine erkundungstor was hatten für einen raum hey was okay weiß ich was das soll prüfen kann es jetzt nicht hin auf so kurz warum nischt oh lass mich raten wenn ich die beiden dann dabei habe dann darf ich hier nirgends wo durchlaufen wir sollten und folgen wir sollten auch mal einsetzen hey das war doch jetzt voll richtig nicht aus host ich habe ja ich habe auch die klamotten für die mädels ist klar falls ihr schon einige fragen aufkommen ich komme ich mal hier in den rennen also ehrlich gesagt sind die klamotten von den mädels die ersten sachen nicht gut haben wegen okay wie kann man solche ich will es mal wieder machen 8 immer nur ein abzieht ich vergesse mal das einzusetzen eigentlich immer der volle hammer vor allem bei posten sollte ich öfter einsetzen darin da war eine attacke vielleicht als partner nehmen wir kriegen gut geld hier ich dachte warum sollte ich denn hier hingehen hier ist doch nicht ich habe gerade voll lange schluck auf ich habe jetzt kann man auch noch mal schluck auf zu bekommen fünf minuten kommen schon ich kenne sowieso eine universale lösung wie man schluck auf loswert immer zehn sekunden luft anhalten was soll ich denn damit zehn sekunden luft anhalten damals zu trinken nehmen und runter schlucken während man noch die luft anhält also man muss trinken während man die luft anhält nachdem man zehn sekunden die luft angehalten hat danach geht immer ein schluck auf weg da ist bei mir immer danach weg gegangen also kann ich empfehlen man was habe ich nicht irgendwie trainiert und so ja genau elven gemacht okay ich glaube niemanden kekse wie wir hier sagen also ja und ein tank des lebens so kommen geil finde ich schön super wenn ich jetzt wüsste wohl hatte ich ja schon nachdem man nicht das nicht okay soll lass mich raten von mir aus kommen wir ja super man muss ich den ganzen weg zurücklaufen ne von da kam ich von mir kam ich dann lass mich raten zurück was da fühlt mich doch auch da okay dann gehen wir nach unten und ja gehen zu einem exakt gleichen gebiet noch mal und hier ist ein speichelpunkt das gefällt mir nicht so leute da ist irgendwas los angriff tötter ist ich habe mir immer so eine art dragonball set angriff vor so ganz langsames wäre kommt auf einem zu tötet dann gegabte planeten was zum das war geil da man könnte in so eine kombination machen ich habe sogar eine training session ausprobiert aber trotzdem klappt es nicht mein gott sterben so gegnersucher jawoll das ist was gutes oder man ich kann auch von hier aus noch mal hingehen aber weil mich kann gar nicht von hier aus na gut wer da kommt da kann ziehen okay finde ich auch gut dann müssen war wo bin ich ja so dann muss ich von hier aus glaube ich da ich war schon jetzt nicht mehr ja ich schätze mal von haus muss ich da hin denke ich schätze ich weil sie nicht was da was da hä hä wo muss ich denn lang äh 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 man ähm ähm dann ja dann würde ich erst mal sagen es war es dann für heute muss ich hin hier ist der speichern dann würde ich sagen das war es dann für heute und wir sehen uns im nächsten part ich hoffe dann werde ich raus wo ich hin muss auch o ja es auch ich